Guten Morgen Leute. Es ist kurz nach 8.00 Uhr. Ich bin schon geduscht und fast startklar. Es gibt wieder das Frühstück der Gewinner, Corn Flakes. Heute geht es weiter Richtung Sydney. So, die Agnes Waterports direkt vor mir. Noch mal ein Stück runterlaufen. Es rauscht schon gewaltig. Also hoffe ich mal, dass das ein schöner Wasserfall ist. So, die Agnes Waterports. Mein Herz ist gerade schon wieder in die Hose gerutscht. Mit der kleinen Drohne. Aber alles ist gut gegangen. Hinten in den Oberwald eine Schneise reingeschlagen. Ich finde schon. Sieht aus wie Mexiko. Golden Beach. 90 Meilen Strand. Und bevor es windig wird, filme ich hier nochmal. Und ja, das Wetter spielt so mit. Aber 90 Meilen Strand hat man auch nicht jeden Tag. ovem 음악 so sieht es hier in jedem städtchen aus jetzt war ich noch mal einkaufen ein bisschen wurst brot weil ich nicht genau weiß was kommt die dorfer sind alle so klein gerade glück gehabt so angekommen mein heutiges letztes ziel lake entrance das sieht wirklich toll aus ein bisschen wie ich will es nicht übertreiben wie white sundays da sind auch so vorgelagerte inseln die irgendwie verbunden sind das heißt lake entrance weil hier ist genau eine öffnung gibt und zwar da auch wo auch der ort lake entrance ist so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich bin angekommen. Wie soll es anders sein, andere Deutsche auch in diesem Hostel. Ich habe mein Zimmer schon bezogen, ist jetzt noch nicht so spät. Ich glaube, ich drehe noch eine Runde mit der Drohne hier drüben und morgen soll besseres Wetter werden. Es klart jetzt schon etwas auf, aber es wird nicht mehr reichen für heute Abend. Und ja, mein Auto steht überdacht. Das ist auch nicht schlecht. Und werde jetzt noch ein Video schneiden und mal zeitiger ins Bett gehen, damit ich morgen nicht erst um 10 Uhr losmache. Ich glaube, das ist zu spät. Also, vielen Dank fürs dabei sein und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.